Und die Herzen der Außenhalle gleichermaßen begeistert in den vergangenen Tagen. Es werden Sieger und Reserve-Sieger dieses Chörjahrgangs sein. Und wenn es gleich am Ende auch eine hauchdünne Entscheidung im Zielmoto ist, so ist die Entscheidung in der Chörkommission doch einstimmig getroffen worden. Wir rufen auf den Reserve-Sieger der Trakina-Hengst-Kirche 2015 zu der Münster, Katalog Nummer 23, Helium. Ja, ein ganz Typ starker Charmeur, der die Kunst des Publikums hat.